hallo freunde und herzlich willkommen aus dem pfälzer wald noch sitze ich im auto habe noch knappe zehn minuten zu fahren und ja dann ist es soweit buschkraft rock 2021 corona edition part 2 steht an das prequel heute schöne gemütliche runde carcamping im atze gibt ein kleines zwei gänge menü atze macht gang 1 ich mache gang 2 wenn ihr bock drauf habt dann dran viel spaß mit dem video ich fahre mal ein stück weiter auto so so freunde eine pfanne ein ausbau ein amarok ein atze und ein bier und ein bier groß leute groß zusammen so herzlich willkommen in der lustigen outdoor küche hat das kochstudio richtig wir grenzen heute was gibt es heute riesengarnelen in einem knoblauch rosmarinöl dazu dazu ein weißwein sößchen oh ja und den rest werde ich dann dem lieben matze credenzen und dazu gibt es hier noch leckeres brot angeröstet bisschen in olivenöl ebenfalls mit bisschen knoblauch rosmarin und ich würde sagen los geht's ja wir sind an unserem altbekannten ort wo wir schon ein paar mal waren richtig schön hier sind wir wieder ganz für uns alleine mein auto ist vollgepackt kühlbox die car camping kiste für heute und ja zwei gepackte rucksäcke für die nächsten beiden tage macht wie gesagt das den ersten gang und danach werden wir so ein bisschen aufbauen in aller ruhe noch ein bierchen trinken und ich mache dann anschließend den zweiten lang der ist ein bisschen aufwendiger ja aber ja aber einfach nur von der vorbereitung her ja 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 also besser wie meiner auch tatsächlich ein ganz einfaches gericht okay ja ich weiß noch nicht was es gibt ich sehe dann gleich hier dampft schon die pfanne wird heiß sehr geil das riecht schon so richtig geil da würde der Siggi sicherlich auch nicht nein sagen der gute Siegfried darf sich natürlich nicht beschweren denn das hat er letztens auch von mir bekommen ach ja stimmt ja wo er die übernachtung gemacht habt wo er seine zwei pfanne genau grüße gehen raus Siggi bis morgen bis morgen also wenn du das wie du siehst schön dich gesehen zu haben ach leute wenn ihr das nur riechen könnte das wird jetzt richtig eine eine komposition aus Knoblauch weißwein thymian leckere gewürzen ja rosmarin herrlich ein feines angetoastetes grossini dazu so kann es leben sein ja meine freunde das anrichten die hälfte vom guten geschmack oder wie sagt man ja das wird dann geht ja aber ja du bist du 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 ja der erste gang ist verputzt ihr sitzt wir bauen jetzt gerade unsere schlafgelegenheiten auf das schläft nach dem dach zelt ja ich in meinem herr auto wie immer dann wird das einfach nur seite wieder umklappen isomatte rein und fertig ist der quatsch und ja danach wird es dann gang numero zwei geben jetzt bin ich dran mit kochen bei mir gibt es heute biefteki dazu diese reis ähnlichen nudeln die einen unaussprechlichen griechischen namen haben mit ein bisschen tomate oliven limette zwiebel schön griechig gewürzt selbstgemachte knoblaukaste jetzt mache ich erst mal die biefteki wasser für die nudeln kocht schon so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, es hilft, es heilt die Abenteuer! Danke. Aus. Da nehme ich schon noch mal einen. Einer, einer geht, einer geht noch. Dankeschön. Bitte sehr. Einen guten. Lass es dir schmecken, mein Freund. Noch ein bisschen frische Limette drüber. Diese Nudeln sind aber echt lecker. Ich auch gerade ein bisschen. Sehr, sehr, sehr lecker. Wie ich gesagt habe, schon frisch. Nicht so schwer, ne? Es ist so schön, wieder an einem Lagerfeuer zu sitzen. Ja, definitiv. In guter Gesellschaft auch noch was will man mehr. Zum Wohl. Das Feuer müssen wir nicht sprechen. Die Zeit schreitet voran, dass wir den zu Booten gegangen gegessen haben. Ist schon eine gute Zeit her. Wir haben jetzt schon noch sogar zwei Stimmchen hier an der Buschbox verheizt. Hier ein bestes Parkettholz. Parkettreste in der Buschbox. Und jetzt gibt es, weil die Temperaturen tatsächlich anziehen, Anfang Oktober einen wunderbaren Met. An der Stelle gehen liebe Grüße raus an den Marc Natura. Marc Natura? Grüße! Der hat mir den Met hier geschenkt. Letztes Jahr schon. Jetzt wird er endlich verköstigt. Mit Atze. Atze meinte eben ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber den lassen wir uns ja schmecken. Und der wird jetzt hier schön aufgesetzt. Ich bin gespannt. Ja. Gleich eine schöne Ladung Met. Tatsächlich die letzten zwei Monate habe ich es mit geschafft draußen zu pennen. Jetzt die erste Nacht wieder Outdoor. Klar, im Auto. Aber trotzdem wenigstens den Abend hier draußen genossen. In wundervoller Bekleidung. und es tut einfach wieder gut. Man soll sich nicht immer so irgendwie so mit diesem mit diesem Auto was ist für mich Outdoor? Nee. Klar, wir sind Outdoor. Aber ich schlafe nicht an der frischen Luft, weil ich ich liege du nicht ich liege quasi in meinem eigenen Saft. Mehr die weniger ich sage nicht lass uns die Fensterscheiben. Du könntest die Hecklappe offen lassen. Ich könnte die Hecklappe aber offen lassen. Wie unter einem Tab. Ja, stimmt. Eigentlich schon, ja. Klar, das ist ja nichts anderes. Wenn man Viecher sind halt keine unterwegs. Nee. Aber nein. Da fehlt mir dann tatsächlich so ein bisschen das Geborgenheitsgefühl, wie auch immer. Da möchte man... Eigentlich lustig, ja? In der Hängematte bist du ja viel mehr ausgesetzt der Natur irgendwie. Aber wahrscheinlich, weil ich nicht so weit in der Natur drin bin, sondern zu nah an der Zivilisation. Komisch. Ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Ja. In dem Sinne, zum Wohl. Zum Wohl. Danke, Marc Natura. Ja. Dankeschön. Erstmal nur Alkohol, der war eingeatmet. Ich komme gar nicht bis zur Flüssigkeit. Oh, der ist stramm. Sehr Honig. Honiglastig auch, gell? Der hat einen starken... Ist das Wachsgeschmack? Dass man diese Wabe... Das, was man... Diesen tiefen Geruch, den man von der Honig... Die man von... Von der Bienenwachskerze. Von der Bienenwachskerze kennt, dass man den durchschmeckt. Diesen herben. Das stimmt. Aber gut. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr wärmend. Ist schon sehr speziell, muss man schon sagen. Aber das finde ich gut. Der ballert. Der bumst nochmal richtig von innen raus. Herrlich, Leute. Das ist alles ungeschnitten um die Uhrzeit. Definitiv. Zeit, für euch abzuschalten. Beziehungsweise für uns die Kamera abzuschalten. Ja. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ciao. Tschüss. Einen schönen guten Morgen zusammen. Das Nachtlager ist schon wieder halb zusammengebaut. Wir sitzen schon in der Sonne. Haben den ersten Kaffee genossen. Ja. Gleich gibt es noch eine Kleinigkeit zu frühstücken. Und dann bauen wir schon wieder ab. Und dann geht es weiter aufs Wuschkraftrock. Beim Frühstück nehme ich euch noch mit dazu. Es gibt was Leckeres. Vielleicht auch eine Möglichkeit für euch, auf eine Trekking-Tour mal mitzunehmen. Jo. Bis gleich. Buddy's Kochstudio ist am Start. Jetzt gerade mal ein bisschen Butter zerlassen. Der zweite Kaffee steht schon hier. Ja. Und jetzt gibt es hier gleich Crêpes mit Schinken und Käse hier. Da ist der Schinken. Die Crêpes dann nicht einfach noch mal ein bisschen in der Butter warm machen. Schinken und Käse drauf zusammenklappen und Mahlzeit. So. Was ihr seht da unten der Crêpes ein bisschen Käse drauf. Schön schinken. Das Ganze kann jetzt noch ein bisschen schmelzen. Dann kommt die zweite Lage hier drauf. Und dann Bon Appetit. So. Hier mal das fertige Produkt. Schöner Crêpes Schinken Käse lecker Schmakowatz. Eine kleine Brise von ganz schönem Meersalz drauf. Perfekt. Eine gute Grundlage für das Buschcraftsrock. Okay. Und sag den Jungs auch noch mal liebe Grüße von mir. Ja. Ja, Freunde. Ihr seht, Atze fährt. Ich bin noch hier. Das hat leider einen Grund. Buschcraftrock dieses Jahr ohne Atze. Sehr schade. Leider ließ es sich nicht vermeiden, dass er jetzt nach Hause fährt. Muss sich dort um was kümmern. Nix mit der Familie ist in Ordnung. Eher geschäftlich. Ja. Schade drum. Atze, es war mir eine Freude heute, die Nacht mit dir hier auf unserem Happy Place verbracht zu haben. War eine coole Aktion. Ich packe jetzt auch zusammen die restlichen Sachen ein. Muss dann noch eine Runde einkaufen und dann seht ihr mich im nächsten Video wieder. Zusammen mit den Fabulous Five wollte ich sagen. Jetzt sind es nur noch mit den anderen fantastischen vier. Siki, Howie, Felix und den Gruß beim Buschcraftrock. In dem Sinne. Ciao. Bis zum nächsten Mal.